Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Alkine, Isomere und Nomenklatur. Das Video ist gedacht für das Gymnasium, die Mittelstufe, die Klassenstufen 9 bis 10. Der Film ist wie folgt gegliedert. 1. Was sind Alkine? 2. Die Homologerei der Alkine. 3. Isomerie und 4. Nomenklatur. Wir wollen zunächst kurz wiederholen, worum es sich bei Alkinen handelt. Die einfachsten Alkine sind Ethin, Propin und Butin. Alkine enthalten die chemischen Elemente Kohlenstoff C und Wasserstoff H. Demzufolge gilt erstens, Alkine sind Kohlenwasserstoffe. Andere Kohlenwasserstoffe sind... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Probiere es am besten.